einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend je nachdem wie ihr das video wann ihr das video seht ihr kennt ja adventskalender 2023 kirche nummer zwei schnacken nicht lange und suchen die zwei haben sie schon gefunden so befindet sich die zwei hier schon gold auf weiß und wieder das klemmchen ab und dieses wollen lassen uns die zwei rüber und schauen sie uns an so und zwar haben wir hier heute die artikel jetzt wieder zu wissen also das hier wurde jetzt wieder eine herausforderung aber gut auf jeden fall haben wir einmal einen brummer von explode fragt mich nicht das sind alles neue artikel von die ich bei pyroland bestellt habe ich weiß es nicht dann haben wir einmal die happiness fountain von das ist man was denn das für ein hersteller vulkan genau von vulkan neem haben die von hat der die das von ja werde ich damit jetzt anfangen es geht um den spaß also happiness fountain von vulkan dann haben wir hier ein elfenfeuer ist das glaube ich von pyroland und noch eine weitere eine weitere fontäne so ja genau das sind die artikel oder vier artikel also schon aufgefallen ist und genau ja dann sehen wir uns gleich bei der zündung so draußen zur zündung natürlich noch zwei wo ist mein brennerchen gute frage nächste frage da ist er ja so wir fangen an mit dem ja mit dem kreisel würde ich sagen vom was ist das hier auch noch explode genau kreisel biene brummer der sich mal so gar nicht dreht aber gut was soll es dann ist es so nicht ich weiß nicht wie dieser artikel heißt muss ich noch mal nachgucken schreibt es noch mal rein vielleicht nicht dran denke ja sind wir einfach mal stecken wir hier in die erde fein rein gesteckt und zündung in rot schöne rote bengal flamme ein sehr schönes tiefes rot lange brenndauer auf jeden fall das ist das gefällt mir sehr gut ja es ist etwas wunderschön ganz toll so dann haben wir hier jetzt noch das elfenfeuer in rot das wir zünden bevor wir zur happiness fountain kommen eben einmal umgesteckt das ganze hier wollen wir haben was denn jawohl ja und viel spaß ja türchen zwei ist ganz im sinne von rot also im motto ist rot wieder schönes goldenes glittern gründer glitte ah komm mal schön so soll es sein schön raucharm auch glitterei schön schön ja es ist windig ist schön oder ich finde das schön ich finde das richtig schön auch ganz schön kurz aber gut wir wollen uns ja nicht beschweren so dann haben wir hier noch von vulkan ja von vulkan die happiness happiness fountain auch eine neuheit so wie eigentlich jeder artikel in diesem adventskalender viel spaß habe ich selber auch noch nicht gezündet was quatsch sag nicht das war es das war ja mal gar nichts viel gramm also für vier gramm muss ich sagen echt wenig kann ich leider nicht so empfehlen aber gut okay ja das war türchen nummer zwei ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen zu türchen nummer drei tschüss